. Sacramento Pauli ist auf jeden Fall wieder drin, also die Verletzung nicht so schlimm gewesen. Und Barlow wird da schon wieder gesackt und dann fliegt die Flagge, weil sie ihm den Helm runtergerissen haben. Es reiht sich eine Strafe an die anderen bei den Hamburg Sea Devils. Das muss man so deutlich sagen, viel zu viele Strafen, die die Hamburger kassieren. Personal Foul, Facemask, Defense, No. 91. Kasime Debali kann nicht nur glänzen, sondern kann auch foulen. Hat er das Facemask zugeschrieben bekommen. Da ist noch alles schön. Und da hat er ihm den Helm runtergerissen, schlichtweg. Und das ist natürlich eine Strafe. Aber auch das ist natürlich absolut verständlich, weil in der Action, da springst du rein, hechtest rein und greifst irgendetwas, was irgendwie die Trikotfarbe des gegnerischen Quarterbacks hast in der Situation. Und wenn du dann da in der Action zugreifst und vielleicht noch wie in diesem Fall noch ein Gegen-Mitspieler auch am Quarterback dran ist. Ja, der hält ja nicht still, der Kollege beim Sack. Und dann einfach zugegriffen und den Helm erwischt. Kurzer Pass auf Double-E-Wulf. Vielen Dank.